Ist auch deine Skyrim Welt zu grau, zu fad, zu trist, zu langweilig? Dann bring doch mehr Farbe rein! Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und jetzt gibt es ein Video dazu, wie man ganz einfach eine bessere Beleuchtung, mehr Farben und solche Dinge per ENB Mod in die Skyrim Welt am PC holt. Ja und wie immer wünsche ich euch ganz einfach viel Spaß beim Video. Ja, da haben wir das ganze Szenario noch mal, das ist zwar schon gemoddet, aber noch mit der normalen Beleuchtung. Also ich bin jetzt hier in Flusswald gerade unterwegs und ich habe mir mal so zwei, drei Zehen genommen, um das noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie sich das verändert, indem man halt eine neue Beleuchtung, also so eine ENB Mod quasi drauf schaltet, anlegt, wie auch immer. Da gab es häufiger mal die Frage zu, wie das Ganze funktioniert bei meinen Videos, warum das so bunt aussieht und warum sieht das geil aus und so weiter und so fort. Das beruht natürlich hier auf einer Vielzahl von Mods, aber die Beleuchtungsmod ist glaube ich sehr sehr ausschlaggebend dafür. Das kann man hier gerade in den Innenräumen sehen oder auch nachts macht sich das sehr bemerkbar. Also das ist zwar jetzt hier sehr detailliert, aber doch so ein bisschen, ja, Fahrt sag ich jetzt mal. Das wirkt schon sehr wie ein Computerspiel. Und mit hier der anderen Beleuchtung kann man sehen, wird teilweise der Hintergrund so ein bisschen unscharf, die Schatten werden tiefer, die Beleuchtung wird stellenweise auch einfach korrekter. Ja, also dass wenn vorne Flammen sind, auch wirklich nur die Vorderseite vom Charakter beleuchtet ist und nicht gleichzeitig auch die Rückseite und solche Geschichten. Ja, wie immer gilt vielleicht auch bei diesem Skyrim-Video von mir, also auf jeden Fall ist das Ganze für Anfänger gedacht. Ich weiß, es gibt hundertprozentig Leute, die das noch besser und detailreicher erklären können und noch mehr Features und Einstellungen und so. Aber es soll grundsätzlich erstmal darum gehen, wie das Ganze so zu installieren ist und wie ihr das ans Laufen bekommt. So, werfen wir mal einen Blick auf meinen Desktop beziehungsweise hier auf Skyrim Nexus. Könnt ihr sehen, bin ich eingeloggt gerade, das kennt ihr, hier sind die Hotfiles, werden so angezeigt, was ist gerade aktuell in. Und ihr könnt hier entweder nach Kategorien suchen oder es euch auch nochmal wesentlich einfacher machen, indem ihr einfach oben in die Suche ENB eingibt. Das ist halt dieses Beleuchtungssystem von Boris Vorontsov. So heißt der gute Mann, glaube ich. Ja, also grundsätzlich gibt es das auch für andere Spiele, diese Beleuchtungsart. So, dann können wir direkt sehen, da werden hier 232 Files angezeigt in meinem Suchresultat. Das sind hier ganz unterschiedlich. Hier könnt ihr oben sortieren. Da suche ich immer entweder nach Downloads oder Endorsements. Ich hoffe, man spricht das so aus. Wahrscheinlich schimpfen jetzt wieder alle über mich. Bei Endorsements könnt ihr einfach sehen, wie viele Leute da quasi Daumen nach oben geklickt haben. Bei Downloads eben, ja, die Mod, die am meisten heruntergeladen wurde. Mit am meisten heruntergeladen muss man auch immer ein bisschen gucken, wie alt ist das Ding. Ja, ich klicke hier mal ein paar für euch an. Da kann man sehen, dass die, die ich immer benutze, war da gerade. So, was haben wir hier noch? A Realistic Hope ist auch eine, die ich benutze. Ich mache das halt immer so ein bisschen abwechselnd. Gucken wir auf Seite 2. Also ganz auf Seite 1 sind natürlich meistens auch Sachen, die es einfach schon länger gibt. Aber hier so Wilds ENB ist zum Beispiel auch, oder Vibrant ENB sind zum Beispiel auch Sachen, die sehr, sehr beliebt sind. Ich klicke da mal eben rein, zeige euch so die verschiedenen Seiten. Da gibt es dann meistens auch immer Screenshots, wie das Ganze so auszusehen hat und so. Das werde ich nicht benutzen. Das ist hier die, die ich euch vorschlagen würde. Ja, Sharpshooters Extreme Graphics Vision ENB Good Performance. Das ist A Realistic Hope. Das ist die, die ich in meinen Videos zuletzt immer benutzt habe. Da gibt es halt einen High-Quality-Bereich oder normalen Performance-Bereich zu. Also wirklich, wenn ihr das hier installiert auf High-High-Quality, sage ich jetzt mal auf Extreme, dann wird es wirklich schwierig, das ans Laufen zu bekommen. Das hier ist auch sehr beliebt im Moment. Das ist so Wilds. Also das wollte ich auch mal installieren. Das habe ich auch, glaube ich, schon auf dem Rechner drauf. Ob ich das jetzt aktuell dann schon ausprobiert habe, während ihr das Video seht, weiß ich nicht so genau. Das ist auch sehr, sehr beliebt. Vibrant ENB. Könnt ihr euch immer noch so Fotos anklicken. Macht das Ganze auch extrem bunt und so. Müsst ihr einfach mal schauen, was euch da gefällt. Und meistens ist das vom Installieren hier relativ ähnlich. Also wie gesagt, die hier kann ich empfehlen. Oder das hier ist auch generell hier eine gute Sache von Sharpshooters, Extreme Graphics, Good Performance. Das würde ich euch halt empfehlen, wenn ihr das noch nie probiert habt. Dann ist es grundsätzlich immer so, dass ihr hier das Ganze herunterladen müsst und nicht nur mit dem Nexus Mod Manager anklickt. Dafür gibt es hier immer die Installationshinweise, Leute. Lest doch mal bitte, was auf den Seiten draufsteht. Entschuldigung, aber so schwierig ist das nicht. Also hier steht doch wirklich, man muss diesen Ordner runterladen und dann halt in einem bestimmten Ordner packen. Und hier steht auch, was dann noch zu tun ist. Das zeige ich euch aber gleich mal. Ihr müsst so eine Prefs-Inni-Datei ändern, damit das wirklich wirkungsvoll wird, sage ich jetzt mal. Kann man immer die Features sich angucken, Bilder sich angucken und so. Und dann könnt ihr hier sehen, gibt es immer Files. Und da sind dann Main-Files, Classic-Files Optional-Files. Meistens wählt ihr, ist das so deklariert, dass wirklich da steht, was zu benutzen ist. Hier in dem Fall ist es jetzt zum Beispiel Classic und die anderen werden halt nur gesagt, wenn der Main-File nicht geht oder nochmal eine Extrem-Konfiguration und so weiter und so fort. Optional-Files könnt ihr hier sehen, Extrem-Config. Also wenn man das runterlädt, das ist mehr so für Screenshots machen, sage ich jetzt mal. Da fährt selbst mein Rechner dann manchmal auf 15, 20 Frames runter, wenn ich alle anderen Mods gleichzeitig laufen habe. Aber ich zeige das mal einmal hier. Dann öffnet sich hier so ein Fenster, wo ihr das runterladen könnt. Premium-User sind wir nicht. Sucht euch irgendwas aus, wo gerade nicht so viel los ist. Das geht aber ruckzuck. Es erscheint hier so ein Downloading-File-Fenster und da könnt ihr auch schon sehen. Und dann macht ihr einfach Speichern oder Speichern unter, wie ihr das so gerne mögt. Und dann habt ihr erstmal grundsätzlich diese INB-Mod schon mal geladen. Könnt ihr sehen, geht ruckzuck. 2,3 MB nur. So, nochmal in aller Deutlichkeit. Eine INB-Mod installiert man nicht über den Mod-Manager, bitte. So, wir haben da ja diese Installationshinweise. Also einmal die Dateien auspacken und einmal die Prev-ini verändern. In welcher Reihenfolge ihr das macht, ist eigentlich gleich. So, da müsst ihr keine Angst vor haben. Ist eine relativ einfache Geschichte. Ihr geht halt auf Dokumente oder MyDocuments. Je nachdem, wie ihr das eingestellt habt. Und dann habt ihr da auf jeden Fall auch einen Ordner MyGames. So, da können wir sehen, da ist Skyrim drin. Und dann habe ich noch hier diese Boss-Datei da drunter. Ich habe eine Save-Skyrim gemacht. Ich habe mir halt so diese Original-Dateien gesichert. Geht aber jetzt hier erstmal nur um Skyrim. Da könnt ihr jetzt sehen, wir haben da Skyrim-Inni und Skyrim-Prevs-Inni. Ich habe da nur nochmal Saves. Oder darunter könnt ihr sehen, von SayoTV. Ist auch ein YouTuber. Habe ich mal die Inni-Datei von ihm übernommen. Also diese Werte. Das sind so Werte, das werden wir gleich sehen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr da hingeht. MyDocuments. Meinstens ist das in MyGames. Oder ihr könntet aber einfach suchen. Großartig. Schwierig wird das nicht sein. Da gibt es halt diese Datei. Prevs-ini. Und da könnt ihr sehen, ich richte das mal so aus, dass ihr das nebeneinander sehen könnt. Da sind alles einzelne Werte eingetragen. Die sind dafür zuständig, zum Beispiel wie viel Gras es gibt. Oder in welcher Entfernung Bäume zu sehen sind. Und solche Geschichten. Das ist so eine Wissenschaft für sich. Da bin ich nicht sonderlich gut drin, sage ich jetzt mal. Ich habe mir das auch alles überall zusammengeschraubt und geklaut und so aus dem Netz. Müsst ihr mal gucken. Das hat grundsätzlich, hat das ja schon einen Wert vorgegeben. Ihr könnt aber auch jeden einzelnen Wert verändern. Speichert euch ruhig diese Text-Datei irgendwo auf dem Desktop von mir aus. Oder schreibt safe dahinter, dass ihr zwei Dateien habt. Da könnt ihr alles sehen. Ich habe das so ein bisschen geordnet nach Bäumen, Gras und sowas dann nochmal. Manchmal steht das auch einfach nur untereinander gerattert. Da ist aber relativ gleich. Also wir müssen hier folgendes machen. Dieses Tree Shadow, das steht normalerweise auf 0. Ja, standardmäßig. Vielleicht jetzt bei euch schon nicht mehr. Aber wenn das auf 0 stehen sollte, da sehen wir das. Müsst ihr mal gucken, wo ihr das bei euch findet. Das ist ein bisschen Sucherei. Das muss auf jeden Fall auf 1 stehen. Ja, genau wie die anderen Sachen mit diesen Schatten. Das ist ganz einfach, dass diese Schattenberechnung in Skyrim eingeschaltet wird. Ja, meistens bedeutet 0 einfach aus und 1 bedeutet einfach 1. Also da muss auf jeden Fall eine 1 stehen, damit das funktioniert. Bei mir steht das natürlich jetzt schon da, weil ich ja diese Mods immer benutzt habe und generell diese Prefs in die Datei eh so ein bisschen auf meine eigenen Bedürfnisse zurechtgeschraubt habe. Dann schließt ihr das und dann fragt ihr natürlich automatisch, ob ihr das speichern wollt. Ihr müsst es auf jeden Fall speichern, dass diese Werte geändert sind. Ja, genau. So, als nächstes geht ihr auf jeden Fall in euren Skyrim Ordner. Da können wir sehen hier, ich hatte das schon mal so als ENB auch schon mal heruntergeladen. Eigentlich auch nicht schlecht. Da gibt es verschiedene Versionen, ist immer ein Screenshot mit bei und so. Wäre vielleicht auch eine Option, euch das mal anzugucken. Grundsätzlich geht es aber jetzt hier um die Sharpshooter Variante. Unten könnt ihr sehen, habe ich zwei Stück. Links am Desktop ist die, die ich gerade runtergeladen habe. Und dann geht ihr einfach, ihr legt diesen Ordner in euren Skyrim Ordner und macht einfach hier entpacken. Wenn ihr irgendwas überschreiben will, sagt ihr immer, ja alles, drüber bügeln, ganz egal. Wahrscheinlich hat er das bei mir jetzt auch nur gefragt, weil ich das ja schon mal mehrfach installiert hatte und so. Ich habe es vorhin deinstalliert, um das ein bisschen besser zeigen zu können. So, ich öffne jetzt hier einmal diesen Ordner, den gepackten Ordner. Damit können wir hier sehen, diese Details, die da drin waren, die finden wir jetzt auch immer links in meinem Skyrim Ordner. Ja, und oben könnt ihr auch zum Beispiel in der Adresszeile ganz einfach sehen, wo dieser Ordner ist. Also unter C, Program Files, Steam, Steam Apps, Commons, Skyrim. So, und dann gibt es ja noch hier den Data Ordner. Da werden auch zwei Sachen reingelegt. Die werdet ihr dann jeweils auch auf einmal hier wieder drin finden. Realistic Lightning und dann gibt es noch was mit Sunshine und so weiter und so fort. Also ihr könnt genau nachvollziehen, beziehungsweise auch vorsichtshalber, wenn ihr das wollt, nachschauen, sind diese Sachen jetzt wirklich in meinem Skyrim Ordner drin. So, ich kann hier auch noch mal gucken. Sky, ja, dass der Ordner seht ihr da. Also das hat sich jetzt hier alles, indem ihr einfach auf hier entpacken gegangen seid, hat sich das alles in den richtigen Ordner verschoben und dann ist es auch schon fertig. Ja, also eine EMB zu installieren ist kein Geheimnis, wie ihr gerade sehen könnt und dauert im Grunde genommen auch nicht viel länger als ein, zwei Minuten. Wir haben jetzt viel vorher. Okay, wenn man vorher guckt, ein bisschen sich nicht sicher ist, die Ordner suchen muss, braucht ihr jetzt vielleicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder so. Aber dann sieht es auf einmal wirklich aus, wie es jetzt hier im Video ausschaut. Also noch mal zusammengefasst, damit es so ausschaut wie hier. Im Grunde genommen drei Punkte. Punkt eins, das nicht mit dem Skyrim Nexus Mod Manager installieren. Ja, das haut nicht hin, beziehungsweise sieht dann nicht so bombastisch aus. Da fehlen einfach Sachen. Punkt zwei, ladet diese Datei herunter. Das ist immer so ein gepackter Zip Ordner oder was? Und der Ordner kommt in euren, in euren Skyrim Ordner und zwar da, wo auch dieser Launcher ist, ja, wo dieser Skyrim Launcher ist. Das konnte man ja vorhin ganz schön sehen, wo ihr den findet bei Steam, in eurem Steam Ordner. Da entpackt ihr diesen Ordner. Also ihr drückt einfach auf hier entpacken und das Ding haut sich an die richtige Stelle rein. Dann der letzte Punkt ist eigentlich, dass ihr in diese Prefs-Inni-Datei unter My Documents geht und da drei, vier Einstellungen ändert, je nachdem, wie die jeweilige EMB das verlangt oder vorgibt. Und dann war es das. Also es ist wirklich eine einfache Geschichte. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann speichert euch bitte diese Prefs-Inni-Datei irgendwie nochmal ab. Nicht, dass ihr aus Versehen mal was falsch macht. Dann könnt ihr die, die ihr vielleicht aus Versehen falsch verändert habt, wieder löschen und diese Save-Datei einsetzen. Aber normalerweise sind es halt nur diese drei oder vier Punkte, die man sich dann ein bisschen mühsam raussuchen muss. Dann eine 0 auf 1 setzen und so weiter. Und dann ist das Ding einfach, tadaaa. Dann ist es einfach fertig. So, ich poste euch natürlich auch nochmal abschließend den Link zur Sharp-Shooter-Mod, den ich für Anfänger empfehlen würde, in die Videobeschreibung hinein. Ja, nach wie vor ein Video für Anfänger. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, ein bisschen gefallen. Haben halt, wie gesagt, viele Leute nachgefragt. Wenn ihr wollt, lasst mir doch mal einen Kommentar dazu da, was ihr jetzt vom Video gehalten habt. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel, viel Spaß mit Skyrim. Bis zum nächsten Mal und haut rein!